Das ultimative Offroad-Abenteuer geht in die nächste Runde. 35 Teams stellen sich der Herausforderung in den Karpaten von Rumänien. Sieben Tage lang sind sie auf sich allein gestellt und kämpfen sich durch den Korridor mit mehreren tausend Quadratkilometern Größe. Keine vorgegebenen Wege, kein Roadbook und keine Hilfe von außen. Es herrscht komplette Eigenverantwortung inmitten dieser abgelegenen Wildnis. Es war brutal schwierig, die Nerven sind fertig. Die Super Carpata Trophy, eines der letzten Expeditionsabenteuer. 12. Mai 2023, Auftakt der Super Carpata. Auch dieses Jahr eignet sich die Hellsklamme in Niederösterreich als die perfekte Startlocation für die Trophy. Auch wenn das Wetter dieses Jahr eher weniger erfreulich ist, die Vorfreude auf die kommenden Tage steht den Teams ins Gesicht geschrieben. Dieses Jahr nehmen 35 Teams aus verschiedenen Nationen teil. Die Wahl des Fahrzeugs ist individuell, ob Pinskauer, Mercedes G, Land Rover Defender, extrem modifiziert oder seriennah. Es bleibt dem Team selbst überlassen. Nach der Anmeldung haben die Teams nun Zeit, um durchzuschnaufen. Die letzten kleinen Vorbereitungen am Fahrzeug zu tätigen, bevor es anschließend zum Abendprogramm übergeht. Für Verpflegung ist wie immer ausreichend gesorgt. Der Hellsklammer Schweinsbraten aus dem Megasmoker lässt die Offroad Herzen höher schlagen. Danke vielmals, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid. Danach geht es los mit der offiziellen Begrüßung. Der Reihe nach werden die Teams vorgestellt. Wir sind Team Aldeisen, wir kommen aus dem Südburgland. Wir sind nicht nur zu zweit da, wir sind eigentlich zu sechst da. Die anderen bauen noch schnell am Motor ein. Habt ihr schöne Wochen. Habt ihr Respekt vor dem Land, wo wir hinfahren. Guten Abend. So sehen wir heute heute im Plätzenbursch. Wir kommen aus Luxemburg und freuen uns dieses Jahr dabei zu sein. Wir haben letztes Jahr unser Debüt gehabt. Heuer versuchen wir das Ganze ein bisschen besser zu machen als letztes Jahr. Das erste Mal ist immer unvergesslich, aber das zweite Mal wird besser. Und wir hoffen, dass es heuer richtig besser wird und wünschen euch eine coole Kabata. Ja, ich glaube, wir sind teilweise schon ein bisschen ein bekanntes Team. Heuer mal mit neuem Auto. Jetzt steht das nicht immer für G-Klasse, sondern für Grossglockner. Und ich bin sehr froh, alle wieder zu sehen. Alle gleichen wahnsinnigen Leute wie mir. Und ich hoffe, wir machen richtig geile Wochen. Danke! Auch dieses Jahr überlassen wir nichts dem Zufall. Wir sind sogar auf Sonne vorbereitet. Ja, wir freuen uns auf Rumänien. Wir freuen uns, euch alle wieder zu sehen. Und wir wünschen euch allen ganz viel Spass. Es hat auch viel Wetter mitgebracht hier. Also bei uns hat die Sonne geschienen. Wir freuen uns auf euch und viel Spass. Hallo zusammen, wir sind das Team Patoya aus der Schweiz. Wir wünschen allen eine schöne Woche, viel Spass. Kommt heil ans Ziel und vergesst nicht, Eier muss man haben. Hallo, wir sind das Team Pepe aus Zürich. Wir sind zum zweiten Mal dabei und haben uns dieses Jahr etwas Verstärkung geholt. Wir wünschen euch allen eine unvergessliche Woche. Viel Spass! Pepper on the road! Team Triple G, zwei G-Klassen, ein Grenadier, neues Auto, neues Team. Alle noch nicht hier gewesen. Wir hoffen, dass das, Achtung Wortwitz, gut geht. Guckt die nächsten Tage ein bisschen in den Rückspiegel. Ich würde jetzt gerne sagen, weil wir von hinten kommen und das Feld aufrollen. Vielleicht aber auch einfach, weil wir eure Hilfe brauchen. Also danke, wir sehen uns am Ziel. Die Teilnehmer lassen den Abend bei Livemusik und guten Gesprächen ausklingen, bevor es am nächsten Tag nach Rumänien geht. 13. Mai, 9 Uhr in der Früh. Antritt der Fahrer. Nach einer schnellen Stärkung geht es zur Fahrerbesprechung. Georg Müller-Hartburg gibt den Teams die letzten Informationen der kommenden Woche. Ich hoffe, ihr habt eine halbwegs trockenen Nacht gehabt und ich hoffe, es geht auch gut. Wir sind einen großen Schritt weiter. Jetzt gibt es Unterlagen und dann geht es auf Richtung Rumänien. Um den Bewerb so spannend wie möglich zu gestalten, gibt es in beiden Etappen eine individuelle Sonderprüfung. Diese sind geheim und werden erst kurz vor Beginn bekannt gegeben. Dieses Jahr findet die erste Sonderprüfung bereits während der Antwort nach Rumänien statt. Ziel ist es, die knapp 500 Kilometer Startwiese in Rumänien ohne Hilfe von Koordinaten ausfindig zu machen. Es werden lediglich kleine Details verraten, wo der Startplatz zu finden ist. Lasst euch ein bisschen einmal auf der Autobahn, habt ihr Zeit, ein bisschen eine Aufgabe lösen. Nachdem ihr aber nicht die Hälfte von euch, die euch in Ungarn verlieren wollen, gibt es dazu auch ein sogenanntes Notkuvert, nennen wir das, wo die übliche Wegbeschreibung drinnen ist. Es geht um eine Zeitgutschrift, das heißt pure Fahrzeit, die man sich da erwirtschaften kann. Probiert es, ihr habt einmal ein paar Stunden gespudertest, würde ich einmal sagen, locker Zeit. Und die andere Sache, nur weil dort ein Carbata-Auto fährt, das ist wie im Wald, und man denkt sich, na, bingo, dem fahre ich nach. Das ist nicht unbedingt gesagt, dass das richtig ist. Da gibt es so Sachen, dass man dann im Konvoi im Wald rauffahrt und dann ist das ein Sackglas, und alle fahren wieder runter und so weiter. Wir sehen uns heute am Abend in Rumänien. Danke vielmals, gute Fahrt, alles Gute! Die Teams stehen nun kurz vor der Abfahrt. Alle sind motiviert und bei bester Laune. Wir sind motiviert, ja, topfit und gut aufgestellt, glaube ich. Die ganze Geschichte, da werden wir durchgedrucken. Bei schlechtem oder bei schönem Wetter, aber es schaut eher nach beschissenem Wetter aus, was mich fragst. Wir sind Team Gebauer. Wir hätten 15 das erste Mal gefahren. Freinand schon riesig. Das ist eine geile Veranstaltung und man trifft halt Gleichgesinnte. Wir werden viel Spaß haben. Ja, der olympische Gedanke, der stand am Anfang im Vordergrund her und den werden wir wahrscheinlich beibehalten und im Laufe der Woche mal sehen, wie sich das hinten raus entwickelt. Die Erwartungen sind, die Fehler aus den letzten Jahren nicht zu wiederholen. Da waren gröbere Fehler, die haben mit Zeitmanagement zu tun und die gilt es zu verbessern. Und dann geht es auch schon los, über 500 Kilometer nach Rumänien. Die Startwiese befindet sich dieses Jahr in Salat. Einem kleinen Ort in der Nähe von Oradea. Am frühen Abend treffen die Teams am vorgegebenen Ort ein. Und werden vom Orga-Team bereits erwartet. Nun gilt es die Ruhe vor dem Sturm zu genießen. Denn morgen um diese Uhrzeit befinden sich die Teams schon im Korridor. Die Ohrenreise war perfekt. Das Wetter, gut sei Dank, ist das schön, dass wir daheim. Das ist so, dass wir in den letzten Jahren bei DG recht viel gerichtet haben, die es jetzt eigentlich perfekt gemacht haben. Jetzt haben wir gesagt, jetzt fahren wir mal mit anderen Autos, weil jetzt ist die Challenge noch weg. Wenn wir mit perfekten Autos fahren, dann ist es ja nicht mehr lustig, wenn wir schaufen müssen. Das ist die Frage, die kommt immer wieder und die wird immer wieder gleich beantwortet werden. Die Super-Karvata ist einfach das Neunpols-Ultar der Trophys. Das Find-Your-Ond-Rack. Jeder kann seinen eigenen Weg suchen, vor allem im wunderschönen Rumänien. Das macht es einfach aus. Das Bersommensein mit anderen Aufrot-Idioten hätte es Black Sock. Das ist ja perfekt. Wir sind gut angekommen, sehr relaxed. Wieder warten scheint die Sonne. Wir sind absolut guter Dinge. Der Name unserer Team ist der 4x4 Mafia. Das ist das erste Mal dieses Jahr. Ich folge diesen Trophys seit 10 Jahren. Hi, ich bin der Klaus vom Team Triple G. Wir sind mit drei Fahrzeugen unterwegs. Hier dem Ineos Grenadier und zwar Puch 230 GE. Und ja, es hat heute eigentlich super geklappt. Wir haben zwar nicht 10 Minuten, sondern ungefähr eine Stunde gebraucht, um das Ganze zu lösen und waren jetzt recht glücklich, dass wir es geschafft haben. Wir haben es sehr genossen und freuen uns jetzt morgen in den Korridor reinzufahren und hoffentlich dann auch den richtigen Weg zu finden. Also wir heißen Pepper. Wir sind das Team Pepper. Wir kommen aus Zürich. Wir sind drei Fahrzeuge. Ja, natürlich haben wir das geschafft, die Navigationsaufgabe zu lösen. Wir brauchten aber etwas Zeit. Wir haben etwa drei verschiedene Anläufe gemacht, aber es hat am Schluss geklappt und wir sind hier. Unser Ziel für diese Woche, wir wollen Muskelkater von vielen Grinsen haben und heil ankommen und ganz viel Spaß haben. Der Ablauf der Trophy ist wie folgt. Die Woche ist in zwei Etappen aufgeteilt. In jeder Etappe gibt es einen individuellen Korridor, der sich über mehrere tausend Quadratkilometer in den Karpaten erstreckt. In diesem Korridor können sich die Teams frei bewegen und sich ihre eigene Route gestalten. Jedes Fahrzeug der Trophy ist getrackt und ist somit ständig nachverfolgbar. Sollte sich ein Team dazu entscheiden, aus dem Korridor hinaus zu fahren, so wird die Distanz an der Korridorgrenze als Strafkilometer gewertet. Ein Team besteht aus zwei bis drei Fahrzeugen. Ein Fahrzeug ist mit einem Fahrer und einem Navigator bestückt. An jeden Tag haben die Teilnehmer maximal acht Stunden Fahrzeit, ab 20 Uhr ist Schluss mit dem Fahren. Ziel der Trophy ist, den Korridor so rasch wie möglich zu durchqueren, ohne ihn dabei zu verlassen. Neben den herkömmlichen Platzierungen gibt es bei der Trophy noch einen Spezialpreis zu gewinnen. Den Team Spirit Award. Dieser Preis steht für die Hilfsbereitschaft der Teams. Er wird von den Teilnehmern selbstbestimmt und steht über dem ersten Platz. Wer am Ende die wenigste Fahrzeit hat, gewinnt. Tag 1. Der Super Carpata Trophy 2023. Ein paar letzte Abschlussworte, bevor sie in die Weiten der Carpaten entlassen werden. Die Spannung steigt. Wir wollen uns hier als Gäste benehmen und wenn man in ein Wohnzimmer hineingeht mit Bergschutz sieht man sich die Schuhe aus. Man ist plakativ, höflich und zurückhaltend und führt sich nicht auf wie ein Berserker, wenn man in einem fremden Land ist. Nach Abholung der Korridorkarten geht es für die Teams los. Die Super Carpata Trophy 2023 beginnt. Die Super Carpata Trophy 2021 Der Eintritt in den Korridor ist verbracht. Jetzt ist es für die Teams an der Zeit, sich zu orientieren. Das Wetter für die nächsten Tage ist ungewiss. Momentan ist es noch trocken. Das gilt es auszunutzen. Denn Schlechtwetter kann den Teams einen Strich durch die Rechnung machen. Es ist die Ungewissheit, welche die Super Carpata zu so einer spannenden Challenge macht. Man weiß nie, was der nächste Tag bringt. Wichtig ist die perfekte Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Navigator. Die Teams gelangen immer tief in den Korridor. Die Wege werden enger und zum Teil auch sehr steil. Bei der rutschigen Walderde hilft manchmal nur noch die Seilwinde. Auch Team Offroad AG steht vor einem Problem. Was sich jedoch nicht einfach mit einer Seilwinde lösen lässt. Also ich bin vorausgefahren und irgendwo ist der Günther hängengeblieben. Mein Beifahrer hat mir das ein bisschen falsch angeschaut. Jetzt bin ich ganz auf eine Wurzel aufgekommen und dann ist mir die linke Steckachs ein bisschen gebrochen. Ein bisschen. Meine Arbeitskollegin arbeitet da unten, alles von da unten. Und die besorgt mir hier seine Steckachs und wir hoffen, dass wir sie in ein paar Stunden haben. Und dann geht das Rennen wieder weiter. Nein, nein, nein. Werkzeug haben wir selber alles da. Wir werden jetzt das gleich ausbauen und das mal vorbereiten für die Reparatur. Für das Team geht es somit zum Glück bald wieder weiter. Bereit für den Abstieg? Ja, aber lieb. Der erste Tag neigt sich dem Ende zu. Es ist kurz vor 20 Uhr. Um Punkt 8 Uhr abends darf kein Fahrzeug mehr bewegt werden. Das Reglement ist hier äußerst streng. Sollte es ein Team bis zur besagten Uhrzeit nicht schaffen, einen geeigneten Schlafplatz zu finden, muss die Nacht zur Not auch in einer Schräge verbracht werden. Team G-Power und Team 12x12 haben bereits die Nachtlager aufgeschlagen. Ja, wir sind eigentlich relativ gut weitergekommen. Wir haben eigentlich selten einen Weg gesucht, bis gar nicht. Also ist richtig super gelaufen, der erste Tag. Wir haben ein paar Reparaturen gehabt. Eine Benzinpumpe ist uns verreckt. Das haben wir nachher überbrückt. Und wir haben die Mutter von der Lichtmaschine verloren. Und da haben wir uns nachher eine gebastelt aus einer Radmutter und hat es gehalten. Tag 2. Die Teams machen sich bereit, den zweiten Tag in Angriff zu nehmen. Trotz dem verhältnismäßig schönen Wetter hat sich die Erde vor allem in den Wäldern noch nicht von den Unwettern der vergangenen Tage erholt. Wo sich das Wasser staut, wird es schlammig und die Weiterfahrt schwieriger. Passt. Seit dem Morgen sind die Teams G-Power und 12x12 ein gutes Stück vom Korridor weitergekommen. Durch die enorme Bodenfreiheit der Pinzgauer sind sie bei diesen Fahrverhältnissen klar im Vorteil. Trotzdem kann es immer zu nicht einkalkulierbaren Überraschungen kommen. Um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren, heißt es für das Team zusammenarbeiten, um den Pinzgauer wieder aufzustellen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wird es noch einmal richtig spannend. Das ist ein Gehe mit ein paar Talachsen. Ein großes Problem ist, der Kerl hat keinen Hinterradantrieb mehr, weil ihm die Mitteltiefsperre gebrochen ist. Der sehr breit. Jetzt haben wir da noch einen Anker gesetzt, das ist auch ein G. Und wie war der Rett auf der Kanonenkugel? Glaubhaft. Aber er ist oben, oder? Weiter geht es mit vollem Tempo durch den Korridor. Team, eigentlich Mopedfahrer 1, muss ihm bald Halt machen. Ihr Auspuff hat sich während dem Fahren verbogen. Und nicht nur das. Leider musste das Team kurzerhand weitere Schäden am Fahrzeug feststellen. Keilremen ist runtergegangen. Aber das haben wir gleich wieder hergelegt. Den hat es quasi obergearbeit über das Bochbett. Jetzt tauschen wir ihn, dann fangen wir wieder weiter. Und schon ist er übel, der da draußen. Schaut gut aus. Schaut mal. Beim Vorhören auch gleich. Wie sieht denn das? Wie sieht das Pfeff? Vermeintlich K.O. gestreckten Leider. Das ist deine Art von Autobahn. Autobahn. Das Team Venandicum Avibus hat heute einen großen Teil des Korridors gemeistert. Nun wird ihre Seilwinder noch einmal unter Beweis gestellt, bevor sie die Wiese erreichen, wo sie ihr Nachtlager aufschlagen wollen. Ein wahrlicher Kraftakt kurz vor Beendigung des Tages. Die harte Arbeit macht sich jedoch schnell bezahlt und das Team erreicht die Alm. Schönen guten Abend. Wir haben unser Lager gefunden. Sonst war es eigentlich ein flüssiger Tag. Die letzten Meter haben viel Kraft gekostet. So geht ein ereignisreicher Tag der Superkarpater zu Ende. Morgen um diese Uhrzeit befinden sich die Teams bereits im Etappenziel. Frikadellen, das ist Angst dick, aber da machen wir Frikadellen raus. Och, schön. Ich habe noch eine Kartoffel hier in der Heiße. Das muss doch schmecken. Schönen guten Morgen. Am letzten Tag der Etappe 1. Wir sind kurz vor der Ziellinie, wie wir das geschafft haben. Wir hatten ja gestern ein paar Probleme technischer Natur. Das heißt, wir mussten in die Trickkiste greifen. Man legt einfach die Karten zusammen und fährt durch. Und dann ist man da. Und so schaffen wir es bis kurz vor der Ziellinie am letzten Tag. Und wir sind guter Dinge, dass wir heute ohne Schäden, innerhalb der Zeit, ohne Reifenverluste die Ziellinie überquert werden. Guten Morgen. Wir sind gestartet. Die Teams haben bereits einen großen Teil des Korridors zurückgelegt. Heute Nachmittag müssen sie bis 16 Uhr im Camp eintreffen. Jetzt ist es an der Zeit, noch einmal alle Kraft zusammenzunehmen und die richtige Route zu wählen. Auch das Team Triple G, welches dieses Jahr neu dabei ist, ist nur noch wenige Kilometer von der Ziellinie entfernt. Eifrich sucht der Navigator nach dem richtigen Weg. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Fahrer und Navigator ist extrem wichtig. Der Navigator muss die Route und Berücksichtigung von Uhrzeit, Wetter und Hindernissen entscheiden. Falsche Entscheidungen können wertvolle Fahrzeit kosten. Wir hatten da eigentlich einen Track geplant, der weiter oben im Dorf wieder raus geht. Aber das Problem ist, der geht über den Bauernhof und auf der Wiese dann hoch und da war komplett zu. Kurz danach kommt schon die Korridorgrenze, da hätten wir nicht weiterfahren können. Und jetzt haben wir eine Alternative gesucht, weil wir ganz gut in der Zeit sind. Und heute eigentlich versuchen wollen im Korridor zu bleiben, auch wenn wir schon Strafkilometer haben. Jetzt haben wir die Alternative gefunden und hoffen natürlich, dass sie wieder auf unseren geplanten Track führt, ohne dass wir da irgendwo stecken bleiben oder umdrehen müssen. Wir sind aus dem Korridor raus, versuchen jetzt einfach nur die Ziellinie zu überqueren. Es ist spannend, noch ein paar kleine Schlammler hier drinnen. Wir machen es spannend bis zur letzten Sekunde. Wir machen schnell nochmal einen Winter, festgefahren kurz vorm Ziel. Der Reihe nach überqueren die Teams die Ziellinie. Bekehr vorm Ziel, ey. Wie viele Minuten haben wir noch, David? Neun. Und da ist gerade eine Urali-Gali. Strafkilometer-Karte. Der erste Abschnitt der Trophie ist somit gemeistert. Ja gut, eigentlich gut. Wir haben rausgefahren müssen, weil es ist nicht anders gegangen. Wir haben jetzt zum Schluss noch diskutiert, weil ich wollte ein paar Strafkilometer sparen. Wir haben auch hart diskutiert. Wir haben auch schön geschrien miteinander, aber mein Bruder hat die richtige Entscheidung getroffen. Ja, also bei uns halt top-schwierige Verhältnisse, ja. Viele Bäume, viel Wald. Und zum Schluss noch ein bisschen nass. Viel Wald ist es wieder ein bisschen gelogen. Wir haben im Wald verlassen, aber auch nicht gesehen. So ist es, ja genau. Nach dieser kurzen Verschnaufpause heißt es jetzt, ab ins Etappenziel, wo das Orga-Team der Supercarpater bereits auf sie wartet. Angekommen im Ziel der ersten Etappe. Die Teilnehmer haben großen Erzählungsbedarf. Die erste Etappe war sehr durchwachsen. Generell wäre sie recht einfach gewesen. War sie aber nicht wetterbedingt. Es hat, glaube ich, gefühlsmäßig zwei Wochen dort geregnet in Rumänien. Die Wege waren entsprechend schwierig zu fahren. Technisch ist alles gut gegangen. Navigatorisch haben wir ein paar Schnitzer drinnen. Schauen wir, was rauskommt. Wir waren ganz lustig unterwegs. Heute haben wir leider den Korridor verlassen müssen aus Zeitgründen. Aber es läuft alles. Zum Reparieren haben wir eigentlich nichts. Die Strecken waren wieder einmal ganz lässig. Und vom Wetter war alles dabei. Die erste Etappe war spannend. War total herausfordernd. Wir haben am ersten Tag relativ gut Progress gemacht. Am zweiten Tag haben wir gemerkt, okay, wir schaffen es nicht. Wir haben ein bisschen riskanter gefahren durch Bachbete und so weiter. Dann sind uns zwei Raffen hin geworden. Dann haben wir uns entschlossen, dass wir aus dem Korridor rauszufahren. Weil wir nichts mehr riskieren wollten. Weil wir eine zweite Etappe natürlich auch noch fahren wollen. Sind dann ein bisschen weiter hinten beim Korridor wieder reingefahren. Und haben mir gedacht, das wird heute eine gemütliche Partie. Das war es dann nicht. Weil wir sind dann in einem Steuhang, in einer Gatschkurve. Dann habe ich meinen Pinzgar umgehauen und haben beide Frontscheiben zerrissen. Dann haben wir uns im Cabrio umgebaut. Und sind quasi ohne Scheiben weitergefahren, nachdem wir ihn wieder aufgerichtet haben. Und haben es auf die Minuten da her geschafft. Von dem her war es extrem cool, herausfordernd und supergeil. Das Wetter war gut. Die Atmosphäre war gut. Und Super Carpada ist ein schönes Event. Offroad in Rumänien. Tracks, die man nie sehen kann, wo wir von uns kommen. Wir haben es genutzt. Nach kurzer Verschnaufpause wartet auch schon die nächste Sonderprüfung. Dieses Jahr müssen die Teilnehmer im hoteleigenen Klettergarten ein Ei von A nach B transportieren, ohne dass es dabei beschädigt wird. Dafür haben sie 30 Minuten Zeit. Wer es schafft, der spielt sich dadurch eine kostbare Zeitgutschrift. Nach der anstrengenden Sonderprüfung macht eine wohltuende Behandlung mit Murmelin unser Teilnehmer wieder fit für die kommenden Tage. Danach geht es zum Abendessen mit anschließendem Zwischenergebnis der ersten Etappe. Ein großes Buffet mit rumänischen Spezialitäten lässt die Teams wieder zu Kräften kommen. Ich finde es genial. Wir haben ein relativ sattes Starterfeld und bis auf zwei Teams sind alle da. Das Team Krank hat technisch W.O. gegeben. Die waren auch ein bisschen nervlich fertig, aber manchmal ist die Luft draußen. Und das zweite Team aus Luxemburg, die sind schon ganz in der Nähe gekommen her. Da weiß ich noch nicht genau, was es ist, aber es war irgendwie ein Differenzial oder Getriebe, haben wir gehört. Aber wir haben ja schon was rauskommt. Wir kommen jetzt zum Ergebnis. Platz Nr. 29. Cholo Kabatas. 9. Die Challengers. Position 6. G-Bauer mit neun Autos. Trommelwirbel. Platz Nr. 4. Patoja. Platz Nr. 2. Auch ohne Strafkilometer natürlich. The Spirits. Logische Konsequenz daraus. Erster Platz. Team Saurer 2. Bravo! 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 Der zweite Part der Woche hat begonnen. Die Teams versammeln sich um 9 Uhr in der Früh. Und damit hat sich die Geschichte und schaust, dass du ins Ziel kommst. Danke, alles Gute. Bis dann. Ciao. Nun geht es in den zweiten Korridor. Die Startlinie befindet sich nur wenige Kilometer vom Hotel. Schnell kommen die Teams in höhere Gebiete. Doch zuerst geht es durch die Wälder, in denen momentan nicht die besten Fahrverhältnisse gegeben sind. Ja, ein Stieg-Korridor. Erste halbe Stunde. Es geht gleich richtig zur Sache. Obwohl es trocken ist vom Wetter, sind die Wege echt brutal. Für die Teams ist dies jedoch erst der Anfang. Eine Stunde später gelangen die meisten an eine zentrale Stelle des Korridors. Hier wartet ein tiefes Schlammloch auf sie. Hier kommt fast keiner der Teilnehmer alleine durch. Es wird gewünscht, was das Zeug hält. Durch die Wartezeit bildet sich schnell ein Stau. Die Stelle kostet die Teams wertvolle Fahrzeit, die sich auch nicht mit erhöhter Fahrgeschwindigkeit wieder aufholen lässt. Alle versuchen so schnell wie möglich, diesen Platz zu entkommen und ihre Fahrt fortzuführen. Ohne Einstellung! Bleib einstellung! Und lieber viel Strom! Ohne Einstellung! Doch dann passiert auch noch das. Mad Max trifft ebenfalls das Pech. Ein geplatzter Reifen an einer eher superoptimalen Stelle. Die Wartezeit Team Pepper ist auf einem Bergweg unterwegs. Doch der auf den ersten Blick unspektakuläre Weg entwickelt sich kurzerhand zum Horrorpfad. Der Defender droht abzustürzen. Mit vereinten Kräften schaffen sie es, das Fahrzeug wieder auf sicherem Boden zu bringen. Noch einmal Glück gehabt. Durch frei wählbare Routen haben die Teams oftmals komplett verschiedene Strecken vor sich. Je weiter die Teams sich im Korridor fortbewegen, desto schwieriger wird die Navigation. Es gilt die richtigen Entscheidungen zu treffen, denn eine falsch gewählte Route kann mehrere Stunden kosten. Da, wenn ich das optisch anschaue, optisch, da ist das Weg, müssen wir ungefähr da, müssten wir heute am Abend sein. Ja, aber nachher können wir auch schön fahren. Und das Problem ist eher, dass wir, verstehst du, wenn wir keine Zeit mehr haben am Schluss, Ja, dann müssen wir dort ausfahren. Dann müssen wir ausfahren für eigentlich eine Strecke, die im Korridor relativ leicht ist. Weil da müssen wir nichts suchen. Das belgische Team Mattock sucht eifrig nach einem Weg. Das Problem ist, dass wir über eine Strecke über eine Strecke diskutieren. Das ist nicht der richtige Ort, das wir müssen hier sein. Wir denken, dass wir ein paar hundert Meter zurück müssen müssen. Es war ein Caravan und dann müssen wir eine Strecke machen. Und dann gehen wir auf den Weg, der hier unten ist. Jedoch führt auch dieser Versuch in einer Sackgasse. Auch der rumänische Almbauer versucht ihnen zu helfen, jedoch ohne Erfolg. Wir denken, dass es hier eine Straße gibt, aber ich verstehe es nicht sehr gut. Aber er sagte, es gibt keine Straße, aber es gibt eine Straße. Das ist das Problem. Das heißt, es umdrehen, zurückfahren und weitersuchen. Ziel für einige Teams, eine Passage über einen Berg mit 1800 Höhenmetern. Das Problem, der Berg ist äußerst schwer zu befahren. Nur wenige Wege führen tatsächlich hinauf. Also, Patouja kommt von oben wieder zurück. Wir drehen alle wieder rum. Ja, nachdem wir uns mit unseren Pinzes jetzt versucht haben, über längere Zeit da den Berg hinauf zu kämpfen, mussten wir jetzt leider feststellen, dass es da nicht weiter geht. Leider Ende Gelände. Das heißt, im Retourgang alles wieder zurück. Was soll's? Neuen Weg suchen. Für die Teams Altrader und Pepper geht der Aufstieg ebenfalls nur schleppend voran. Mit geballter Kraft versuchen sie, den Berg zu bezwingen. Team Venandicum Avibus ist ebenfalls am Fuße des Berges. Jedoch erwartet sie eine böse Überraschung. Puh, Scheiße! Der Berg auf hart. Zu hart. So, wir sind jetzt am Reparieren. Zum Glück war es nur ein Loch im Kühlerschlauch. Dies ist leicht reparabel. So, schauen wir mal. Pass oder was? Kommen die anderen schon wieder runter? Es bleibt spannend. Es ist kurz vor 19 Uhr. Team Altrad und Team Pepper sind immer noch am Aufstieg. Jedoch wird die Zeit knapp. Bald muss eine Entscheidung getroffen werden. Unser Kollege ist gerade schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und dann werden wir schauen, ob wir eine Alternativrunde finden oder ob wir wieder drei, vier Kilometer zurückfahren müssen ins Tal. Er kommt zurück mit schlechten Nachrichten. Aufgrund des baldigen Fahrstops entscheidet sich Team Pepper, ihr Nachtlager aufzuschlagen. So, wir haben das Lager für die Nacht gefunden. Ein wunderschöner Platz. Wir haben uns entschieden, früher mit der Fahrzeit aufzuhören. Die Wege sind einfach nicht mehr weitergegangen. Und jetzt kommt, man braucht ein wenig mehr Zeit, um zu planen. Mal schauen, was dieser Tag und vor allem der Montagtag noch bringt. Ah, der Tag war gut. Jetzt sind wir auf der Kremse mit dem neuen Bus. Also, es ist vorbei für den Tag. Tag 1, der Etape 2 von der Superkabata. Wir sind jetzt auf einem wunderschönen Platz. Kurz einmal eine Filmerei über das Camp. Ich zeige euch einmal alles. Ihr seht die ganzen Lackgeschichten. Meine Seitenscheibe ist hin. Und jetzt stehen sie alle zusammen und philosophieren, was gekocht haben wir auch gekocht. Heute gibt es Stangele Salat und dann gibt es eine Nudel. Quer durch die Box. Quer durch die Box. Quer durch die Box. Wie schaut es aus beim Team Gebauer? Wir hören uns morgen wieder. Und drückt uns die Daumen. Danke, für dich. Team eigentlich Mopedfahrer 2. Am Tagesziel angekommen. Obwohl man nicht unbedingt sagen kann, es war das geplante Ziel. Aber immerhin ein Ziel mit Aussicht. Man könnte auch sagen, wir sind heute 50 Kilometer gefahren, um am selben Ort wieder zu landen, wo wir gestartet haben. Die Mission erfüllt jedes Bachbett wurde gefahren. Genau. Das technische Equipment funktioniert, wenn auch nicht die Navigation. Ich wünsche einen guten Abend und gebe zurück ins Studio. Hey, sehr intensiv. Wir haben so einmal alles erlebt, von tiefen Gräben, Flussdurchfahrten. Und unser Auto ist noch fast abgestürzt. Es hing nur noch an der Winde. Aber wir haben es wieder mit zwei Winden hochgekriegt. Es kam nicht so vorwärts, wie wir wollten. Aber es war Spass. Es war geil. So, heute hatten wir einen sehr schönen Tag. Wir haben angefangen mit einigen tiefen Gräben. Vielleicht kommen wir ein bisschen aus dem Korridor, weil wir nicht mehr aufgehen konnten, weil die Straße zu tief waren. Es gab keine Straßen. Ich hoffe, dass ich nicht mein tägliches Auto spöre. Weil ich muss am Dienstag mit dem Fahrrad fahren. Aber ich hoffe, dass wir ein paar schöne Tracks haben. Wir sind jetzt circa hier im Korridor. Wir stecken genau in dem Tal da hier fest. Am besten fahren wir da oder da wieder in den Korridor rein und über die Ziellinie drüber. Eifrig wird nach dem richtigen Weg gesucht. Team Opetfahrer 2 bekommt sogar kurzerhand einen örtlichen Navigator. Da rüber runter. So. Das ist die Grenze. Kann man da weiterfahren? Ich gehe fahren, aber ich schläge die Straße. Das macht ja nichts. Wir haben ein gutes Auto. Ich muss zusammen fahren. Ja? Zusammen fahren? Ja, okay. Zusammen fahren. Kreuzung. Strasse. Maiamare. Aha, ja. Aber diese ist ganz gut. Ah, super. Diese ist ganz gut. Sehr gut. Wunderbar. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Beste Dank. Das hat mich sehr gefreut. Mul zu mes. Mul zu mes. La rivedere. La rivedere. An dem noch einmal anzuwünschen. An dem dicken da. Und dann habe ich schon was geschafft. Diese Dinger bremsen ja auch ohne Ende die ganzen Tunnelbombe, oder? Ome! 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 Team G-Power hat es geschafft den 1.800 Meter Berg zu erklimmen. Wir sind jetzt auf 1.500 Meter. Das war nicht einfach. Es war total schwierig. Die Nerven sind fertig. Schaut euch das einmal an. Gewaltig. Ich bin nervlich am Ende. Heute war er brav. Heute war er brav. Echt brav. Ja! Ja! Geil der Oldfot, oder? Cool! Card. role zur Bess parametrippe wurde. Pinarr Хот. Im Augen chilling. Mastasten. Im Augenblick. Thats basic. Und die Abendnachrichten von Mopedfahrer 2, wir haben unseren Schlafplatz gefunden, kurz vor 8 Uhr. Wir werden uns den heute teilen, nicht nur mit Styria 6x6, nein, wir haben auch Wachhunde heute dabei, die uns die Bären und Wölfe vom Leib halten werden. Also dann gute Nacht. Die Superkarpate ist jedes Jahr anders. Aber heuer war es ganz besonders anders. Seit 2004 haben wir uns zusammen mit unseren Teilnehmern als Gäste in einem wunderschönen Land verstanden und uns auch entsprechend benommen. Auch mit den Behörden und Institutionen haben wir intensiv und gut kooperiert. Knapp 20 Jahre, ohne jede Korruption. Heuer jedoch überraschte uns eine Welle von Missgunst, Zorn und Hass, medial und auch auf der Straße, die, wie sich dann herausstellte, nicht gegen uns, sondern gegen den ganzen österreichischen Staat gerichtet war. Grund dafür war der Umgang Österreichs mit Rumänien in den letzten Jahren. Vom Kürzen des Kindergeldes für im Ausland lebende Kinder bis hin zur Behandlung von rumänischen Corona-Pflegekräften in Österreich. Krönender Abschluss dieser unschönen Serie war schließlich dann noch das Veto Österreichs gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens. Das brachte die Volksseele zum Kochen. Völlig verständlich. Die Organisation, wie auch unsere Teilnehmer, waren behördlichen Kontrollen und Schikanen ausgesetzt, die uns schlussendlich veranlasst haben, die zweite Etappe, um einen Fahrtag zu kürzen. Unter diesen Umständen war es eine Frage der Fairness. Für das Gesamtergebnis, das Ergebnis der ersten Etappe heranzuziehen. Das wurde auch von allen anwesenden Teilnehmern mitgetragen. Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns noch einmal bei den besten Teilnehmern der Welt bedanken, die mit uns gemeinsam durch diese turbulenten Stunden gegangen sind und danach aber auch noch so richtig feiern konnten. Die Teilnehmer treffen ein. Darauf folgt eines der großen Highlights. Die legendäre Parkplatzparty. Die Teams haben sich viel zu erzählen über die Ereignisse der letzten Tage. Ja, ja, da war etwas anderes gegenüber voriges Jahr. Es war besser. Der Korridor war spannender, ja. Vielleicht manchmal ein bisschen zu eng. Aber es war sicherlich der Korridor herausfordernder wie letztes Jahr. Vorletzte Nacht war etwas streng, weil in der Nähe war ein Bär, der hat auch sein Revier markiert. Die Äste waren da, alle abgeschabt von den jungen Bäumen. Und da haben wir gemerkt, ja, da ist ein Bär in der Nähe. Und als Lars da in Ruhe neben dem Feuer saß, hat er gesagt, ah, da oben in dem Busch, da sitzt etwas, das grösser ist wie ich. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das geht schon. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen. Und dann haben wir die Nacht auch ganz gut überstanden mit Bär. Da haben wir wirklich als erstes den Aufstieg gefunden auf diesen Mörderhund, wo es endlos raufgegangen ist. Und dann ist es laufen, laufen, laufen. Und dann ist es super im Busch, okay, wir sind echt gut dabei. Wenn auf dem Weg noch ein Rehmingen gepipit hätte, wären wir dort nicht mehr raufgekommen. Aber laut, dass er so Geschichten hat, kapatet er auch wie ein Bilderbuch. Die Teilnehmer treffen beim Abendessen ein. Währenddessen werden bereits die finalen Endergebnisse ausgewertet. Eine rumänische Tanzeinlage dient als Unterhaltung für die Fahrer. Danach kommt das, worauf die Teilnehmer lange gewartet haben. Die Siegerehrung. Platz 3 geht an das Team Geckos. Platz 2 geht an das Team The Spirits. Und die Erstplatzierten sind dieses Jahr Team Saurer 2. Und der Team Spirit Award geht dieses Jahr an das Team Rum und Ehre. Das war die Super Capata Trophy 2023. Und das war die Triesteadores. Und wir haben dieses Jahr triedstärz sie große Musik combo. Das war die joggen. Und ich bin sehr süß. Ich bin richtig. Ich bin nicht. Ich bin ich. Ich bin nicht. Schon NOT.